Mit einem Messer soll am Donnerstagabend ein 41-jähriger Ungar mehrere Male in den Hals seiner Ex-Frau in Breitenbrunn im Burgenland eingestochen haben. Nach der Bluttat ergriff der Mann die Flucht. Die Polizei sucht nach ihm. Der Tatverdächtige soll vor seiner Flucht einen Abschiedsbrief hinterlassen haben, berichtet die BVZ am Freitag in der Früh. Das Opfer, die 33-jährige Ex-Frau des Gesuchten, wurde bei dem Messerangriff schwer verletzt. Sie wurde mit dem Notarzt-Hubschrauber ins Spital geflogen. Für die 33-Jährige dürfte derzeit keine Lebensgefahr bestehen. In der Zwischenzeit verlief die Suche nach dem Ungar weiterhin erfolglos. Die Fahndung wird am Freitag fortgesetzt.